Und hier fällt tonnenweise Lachs nach unten auf den Boden und wird gegrillt. Nein, die werden nicht per Command gespawnt, sondern durch eine ganz normale Vanilla Farm. Wie das geht, das zeige ich jetzt in dem Video. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas Besonderes, nämlich die neuesten Geschichten aus der 1.13 in Form von Fischfarmen, die ja verschiedene Designs haben, die werden wir uns gleich mal angucken. Ich habe hier hinten ein bisschen was, was ich zeigen kann. Coole Map, die habe ich gefunden, erklärt euch gleich, wo die her ist und so weiter und so fort. Legen wir los. Kleine Sache noch, circa die Hälfte aller Zuschauer auf meinen Videos sind keine Abonnenten. Falls du dazu gehörst, würde es mich freuen, wenn du den Kanal noch abonnierst, weil es gibt aktuell auch jeden Tag zwei neue Videos und die solltest du auf keinen Fall verpassen. Und wenn du auf den neuesten Stand bleiben möchtest, wenn es rund um Minecraft geht, dann bist du bei mir genau richtig. Und jetzt geht es los. So, da wären wir also. Die Karte, die ich hier habe, habe ich runtergeladen. Die habe ich gefunden bei Ilmango. Ich gucke hier immer so ein bisschen durch die Gegend. Was gibt es denn so auf YouTube? Und bei Fischfarmen habe ich mal ein bisschen aufgehorcht, weil es ja wieder mal etwas von der neuen Geschichte hier ist, von der 1.13 Version. Und ich bin so ein bisschen mal gucken wegen 1.13 am Maps. Mal gucken, ob ich da noch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr finden werde. Aber das war eine Sache hiervon, die ihr euch das selbst runterladen könnt, ausbringen könnt, werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, ich bin hier drin gelandet und hier steht erstmal die verschiedenen Ozeanbombe, wo die Fische dementsprechend spawnen können. Und Fish Spawning Requirements. Okay, du brauchst also drei Blockhöhe Wasser, damit Fische überhaupt spawnen können. Wahrscheinlich spawnen die dann auch in der Mitte oder so, dass sie einen Block drüber, einen Block drunter an Wasser haben. Und das hier ist eine hoch Redstone-technisierte Farm für Fische. Und die ist besonders interessant, weil das ist nämlich so ein sich bewegender Boden. Hier haben wir Magma-Blöcke ganz normal drauf, ja. Und hier kann jetzt auch aktuell nichts drin spawnen, weil Fische, glaube ich, nicht in Blasenströmen spawnen können. Da hatte ich ja selbst auch mal eine Fischfarm gebaut und damals ging es noch. Aber das hat sich geändert. Fische können aktuell nicht in Blasenströmen spawnen, sondern nur außerhalb davon. Aber ja, was ist jetzt gemeint? Wenn sich der Boden... Kann ich überhaupt rauskommen? Creative Mode? Hallo? Wieso kann ich aus den Blasenströmen nicht raus im Creative Mode? Was ist hier passiert? Und hier haben wir auch Minecarts unten drunter, die entlangfahren würden. Die würden dann die Drops einsammeln. Und seitlich haben wir Pistons. Und wenn sich der Boden jetzt nach rechts und nach links jeweils immer schiebt, dann gibt es hier einen für... Oder für einen kurzen Moment werden diese Blasenströme unterbrochen. Und dann können natürlich Fische spawnen. Und ich würde das Ganze mal einschalten hier vorne. Wir gucken mal an, wie das aussieht. Mit ziemlich viel Wärts und Technik. So einmal drücken. Das müsste der Einschalter sein. Jetzt fahren die Minecarts los. Und... Jetzt müsste auch gleich schon was passieren. Fische müssten spawnen in diesem Bereich. Ich glaube, ich habe eine richtige Snapshot-Version drin. Aber kann man das gut sehen? Liegt das vielleicht am Spectator, dass ich hier noch Dings bin? Eigentlich müsste da jetzt was passieren. Drops müssen dann hier vorne zusammengeführt werden. Und ich habe ganz normal eingestellt hier. Hallo? Okay, keine Sorge. Keine Panik auf die Titanik. Ich habe ein bisschen umgetestet. Die Game Rule do Mob Spawning war falsch. Und deswegen ist hier gerade nichts gekommen. Ich habe mich schon gewundert. Jetzt testen wir es nochmal mit eingeschalteter Version. Und dort spawnen jetzt auch Fische, so wie sie es eigentlich sollten. Will ich jetzt mal drauf kommen? Ich habe schon gewundert, warum es nicht klappt. Und habe jetzt ein bisschen gerätselt. Aber wahrscheinlich hat das jemand dann ausgeschaltet, bevor er die Maps und Download angeboten hat. Damit hier nicht so viel passiert, während man zeigt oder am Bauen ist. So, und ja. Der Boden ändert sich jedes Mal dann. Und jedes Mal, wenn diese Änderung hier kommt, flipp einmal durch, dann können, geht so die Pisten von vorne nach hinten, dann können da auch Naxe spawnen. Halt nicht so direkt nah an dir dran, sondern nur im Abstand von mindestens 25 Blöcken von dir entfernt, können welche spawnen. So, und die Items sammeln sich dann hier vorne. Und da kannst du dann drin stehen und kannst mal gucken, ja, wie viele da jetzt zusammenkommen. Das ist schon nicht gerade wenig. Blub, 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 blub. Und da gibt es massig Bauenmehl. Das geht auch nicht unbedingt nur um die Fischfarmen gerade, sondern man kann ja noch ein paar andere Geschichten machen. Nämlich, es geht auch um das Bauenmehl. Das ist ja was ganz Besonderes. Nicht, weil man, weil das so selten ist, sondern weil Bauenmehl oder weil man es vorher nur bekommen konnte, als man Knochen umgecraftet hatte. Es hat ja, es war eigentlich schwierig, eine Skelettfarm zu machen, die dir Knochen farmt. Aber das Problem war halt, dass man diese Knochen dann auch direkt für etwas benutzen kann. Man muss es zuerst umcraften per Hand, um es irgendwie weiter in automatischen Farmen verwenden zu können. Aber Fische droppen das Bauenmehl direkt. Das heißt, du kannst damit ja irgendwie eine automatische Minifarm oder so auch machen oder meinetwegen Baumfarm oder sonst irgendwas. Du Komplexes daraus bauen willst, du musst es nicht mehr per Hand umcraften. Und das ist eben die besondere Stärke, der der Sinn von diesen Fischfarmen, dass du direkt Knochenmehl rauskriegst, was du kombinieren kannst mit einer zweiten Farm, die dir ebenfalls noch was macht, wo du es halt dementsprechend brauchst oder ganz schnell irgendwie Weizenfarm willst oder irgendwie sowas. Und ja, das ist eben die ganz große Besonderheit, weshalb Fischfarm interessant werden könnten, außerhalb des Fischs, den du halt nur nimmst zum Essen oder so. Hier an dieser Stelle sind wir auch gelandet in einem Frozen-Biom. Das heißt, wir können nur Lachse spawnen. Es gibt ja noch die wärmeren Biome und dort können zusätzlich noch Delfine spawnen. Und die Delfine nehmen halt wieder einen weiteren Spawn-Slot praktisch weg. Und dann macht das die Farm ineffektiv. Weil Fische droppen ja kein Baumwiel, soweit ich weiß. Delfine droppen ja kein Baumwiel, soweit ich weiß. Und die möchtest du eigentlich nicht in deiner Farme drin haben, sondern du möchtest diese normalen Fische drin haben, wie Lachs, Kott, Klauenfisch, Pufferfisch. Weißt du auch nicht unbedingt. Pufferfisch droppen die auch. Knochen müsste auch sein. Müssen alle Fischsorten droppen. Gut. Und so läuft das dann halt die ganze Zeit durch. Und hier unten, ich habe jetzt kurz gewartet, mal gucken, wie viel Fisch und Knochen in der Zwischenzeit zusammengekommen ist. Flup. 33 Baumwiel. Ich glaube, als ich mir das Video angeschaut habe von den Entwicklern, die hatten gesagt, dass pro Stunde 900 Knochenmehl hier rauskommen. Theoretisch ist gar nicht mal so viel, je nachdem, wie du eine andere effektive Farm baust. Aber für den Anfang ist es schon mal nicht schlecht. 900 Baumwiel ist auch nicht nix. Und durch das bisschen Stehen hier eben habe ich stackweise Lachs zusammengekriegt. Ich schalte die Farm aber auch gerade mal aus, weil die, ja, auch ein bisschen Performance einträchtig, Beeinträchtigung hier verursacht. Es leckt halt ein kleines bisschen damit. Natürlich kann man das bestimmt mal auch vergrößern, alles mögliche machen. Aber die Fische, die landen jetzt hier unten drin. Und ja. Gut. Dann als nächstes. Ich sammle das nochmal ein. Hier kommen so viel Zeug zusammen einfach. Also hatten wir jetzt Verzögerung. Selbst wenn die Farm schon ausgeschaltet ist, ist immer noch Material im System, was dann ausgespuckt wird und so. Okay. So, dann um eine weitere Art und Farm vorzustellen, brauche ich eine Begleitung, eine Hilfe. Eine zweite Person. Und heute gibt es eine ganz besondere Erscheinung hier. Ich habe hier einen ganz besonderen Gast dabei. Nämlich, nicht selbst. Hallo, dort ist die Spark Cam. Und das bin mehr oder weniger ich selbst. Habe einen zweiten Account sozusagen. Ich habe die Welt im Laden geöffnet. Denn ich muss einerseits die Overworld hier laden und gleichzeitig die Nether. Und deswegen nehme ich die Spark Cam. Die lädt für mich die Overworld. Und ich gehe dann in den Nether und gucke mir an, was dann da passiert. Und dazu gehen wir mal zu der hinteren Farm hier. Und das ist noch ein anderes Design, was auch sehr kreativ ist, muss ich sagen. Und zwar, hier sind massig Ghasts drin. Ja. Und diese Ghasts stecken zwischen Portalen. So ein bisschen hier. Ja. Und die Portale sind genau den Maßen des Ghasts. Oh, es ist so laut. Sind genau den Maßen des Ghasts abgestimmt. Wenn jetzt hier sich auch Wasser dazwischen befindet und wenn dort Lachse spawnen, dann werden die, wie ihr sehen könnt, durch die Hitboxen der Ghasts in die Portale hineingedrückt. Ja. Einfach reingekickt und dann fliegen die. Die werden einfach zwanghaft reingedrückt. Alles, was hier spawnt, wird durch das Portal gedrückt, durch diese Ghasts. Und, äh, gut. Ihr seht auch mal den Salmon von einer gewissen Höhe spawnt durch die Outlines. Die verschwinden auch ziemlich schnell eigentlich wieder. So. Und dann gehe ich jetzt mal in die Hölle mit rein und, äh, zeig mal, wie es hier von innen aussieht. Hier gibt es jetzt Achtung. Okay, draußen nicht geladen. Ich muss mal die Sparkcam näher ranbringen. Die ist ein bisschen zu weit weg. Hier gibt es jetzt einfach eine Killstation. Also die Lachse würden dann nicht sehr rausfallen in Massen und ein Verbrennen, Anführungszeichen. Und, äh, du kannst sie dann theoretisch einsammeln wieder. So. Ich würde mal ganz kurz nach hier oben gehen und sammeln die alles noch drin. Äh, du, du. Hier in den Command-Blocks. Okay. Pass auf, ähm, ich wechsle mal kurz die Sparkcam ein bisschen in die Nähe und dann sollte es hier gleich richtig abgehen. So, da wäre ich. Die Sparkcam ist in Position und lädt gerade die Farm in der Overworld und wir im Nether stehen hier und dürfen natürlich was richtig Interessantes beobachten. Hier prallen Lachse ohne Ende von oben nach unten. Das ist praktisch der Traum eines jeden braunen Bären, der am Lachsfischen ist. Guckt es euch an. Oh. Und da seht ihr mal, wie effektiv nun diese eine Netherportal-Farm von eben gerade ist. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 von diesem Portal. Kapseln sehe ich jetzt gerade hier. Die jeweils so hoch sind, dass zwei Gase übereinander reingestapelt bekommen. Und hier ploppen übelst die Lachse raus. Übelst. Ja, kann man mal machen. Die Frage ist auch je nach der Effektivität. Sie sollte nicht sonderlich effektiver und schneller sein als Beispiel. Ich erkläre mal kurz einen Moment da. als beispielsweise auch die andere ohnehin. Also für mich fühlt es sich ein bisschen an, dass es schneller geht, weil man sieht es halt ein bisschen eher. Bonemeal, 5 Bonemeal, also kann man nichts gegen sagen eigentlich. Aber sie müssen etwa ähnlich so schnell sein wie die andere auch. Also die Grenzen, wie viele Mobs spawnen können, sind halt ziemlich limitiert und ja, also es ist übelst krass. Es macht vor allem Spaß, einfach zuzugucken. Du stehst hier unten und über dich prasselt einfach alles ein. 12 Bonemeal in dieser kurzen Zeit und ja, dafür, dass man nicht viel machen muss, einfach nur dumm dastehen, ist das schon echt gut. So satisfying. Das ist einfach satisfying, so zuzugucken und alles fliegt hier raus auf Doom. Naja. So viel dazu. Ich denke mal, ich werde das auch so ein bisschen als Intro nehmen hier. Ja, ich habe so ein ganz kleines Intro davon noch mal vorgeschnitten. Das war so übelst cool. So, in der kurzen Zeit, wo ich jetzt hier stande, ja, einen halben Stack bauen wir. Einfach so. Und ich gehe aber mal wieder hier auch zurück, denn das ist ein bisschen anstrengend, mehr oder weniger. Ich mache mir kurz Spectator-Mode und gehe raus. Ah, okay, hier vorne ist ein Portal, wo man dann rauskommt. Schön. Ja, was haltet ihr von diesen beiden Farmen? Ich finde die äußerst cool und besonders die Nether-Portal-Farm finde ich sehr kreativ. Also wirklich sehr, sehr kreativ. Ich wäre darauf nicht gekommen, deswegen, ja, bleibt es mir übrig, nur die coolen Sachen von den Leuten vorzustellen und, ja, vielleicht gibt es da Inspiration für euch. Auch hier mit jeder Menge Redstone-Technik. Minecraft, die losfahren, Pistons, die hier durchgehen. Mit Observer, wird einfach getrackt durch Schienen, Observer. Theoretisch könnte man das ja auch mit Blätter machen, ne? Ich könnte die Schienen durch Blätter ersetzen und mit Baumstimmen arbeiten, dann könnte ich auch Signale weiterleiten, weil das wäre auch so ein neues Ding. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, mit, wie das funktionieren soll, mit Blättern, die Redstone-Signale weiterleiten, werde ich per Infokarte verlinken. Habe ich vor einer Weile mal was gemacht, so ein kleines Tutorial und dann würde ich mal sagen, vielen Dank an dich, Sparky, dass du heute dabei warst. Die Spark Cam, die für mich die Chunks hier geladen hat und wir sehen uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, lass krachen und tschüss. Die Sparky